So, nach Ewigkeiten habe ich mich mal wieder mal drangesetzt. An Resident Evil 7 war es, glaube ich. Das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal was gespielt habe. Ähm, ja. Wir sind immer noch im belgischen Rape-Killer. Ich musste nach dem neuen Save-Game wieder hier hinrennen. Perfekt. Atmosphere completely destroyed. Äh, ja, wir wollten mal gucken, was jetzt hier als nächstes auf uns wartet. Maybe Rape. Maybe something else. Oh, ne, oder? Muss ich auch noch schwimmen. Cholera, Junge. Also, ich will nicht wissen, was in dieser Milchsuppe jetzt hier unter mir schwimmt. Oh, das ist hier schon fast Morrowind-mäßig. Die ganzen Ton-Direkt-X-Effekte. Na gut. Ich bin noch Quecksilber, ne? Nein, gut, es sieht schon besser aus als damals Morrowind. Ich weiß nicht. Aber wer wird mir im Wasser gefurzt, hab ich gefurzt? I'm sorry. Ach, das ist, ist das nicht unser... Oh, Junge. Äh... Ja. Hat jemand ne Angel... Köder haben wir ja schon. Oh, hi. Bah. Ist er noch mehr. Keiner. Ok. Kein Türgriff. Egal. Oh, geht trotzdem auf. Das ist mir liebsten Glück. Ok, das ist echt belgischer Rapekeller. Echt Kartoffelkeller, Alter. Hier, da kommen die ganzen Kinder rein, hier haben sogar Doppelbetten. Das ist doch sogar ein Kinderbett. Meine Fresse, das wird mir langsam echt. Hallo? Hallo? Das ist alles. Hier ist Mami. Hier ist Daddy. Hier sind andere Pellion Potatoes. Das ist Rape. Sorry Daddy, I'm sorry. What the fuck? Daddy, I will something something. I something something anymore. I'm sorry Daddy, I will not be... Bad? Oh, I... I'm sorry Daddy, I will not be bad anymore. Holy Jesus. Also eigentlich war das mit dem Belgian Rape... Basement eigentlich... ... ... ... ... ... Ich hör aufzureden. Ach, das ist mir langsam echt zu viel, Leo. I'm going to... ...alt L4, that shit out of it. Hallo? Okay, shit locked. Hallo? Das sieht doch ein bisschen zu alt aus. Uh, ich muss da... Eh, 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 eh. Hallo? Der ist nie so schießend... Also, warum? Okay, das hat's dich besser gemacht. Okay, naja. Heidi, turn, Clyde, dead. Linsing, turn. Turn to what? Mush? Oh, ich hätte doch einfach F drücken können. Ja. Okay, dead and turned people. Gut. Mia, war das nicht unsere Frau? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, egal. Boot cut it. Nice. Ich könnte das jetzt aufschneiden, aber... Hallo? Oh. What the fuck is that? Was denn das? Ist das... Was? Entweder ist das ein Torso oder eine Mülltüte. Uh. Ja, hier. Was ist das hier? Josef Fritzls Hobbykeller oder was? Uiuiui. Aber das sieht eher, was weiß ich, der Sportraum von, von, von Doktor Mengele. Mengi-kun hier. Ganz lange ist das ein gegessenkorb. Also die alte ist mir grad da hinten so scheißig aus. Selbst wenn das meine Frau ist, das ist viel interessanter hier. Ah jo? Uh. Physics. Warum hören die sich irgendwie aus, als wären sie Plastik? Das ist alles fake! Okay, das sind doch Plastiktüten, oder? Mit irgendwie... Zeugs drinnen. Organisch für Müll. Wilder, ey. I'm not easily impressed by this. Holy Jesus. Okay, dann... mach mal das Ding mal auf. Ballcut is. There's an Axe. Okay. Ach, ich wollte wieder, ich zeig mich, oder? Hallo? These are killing me. Die Würmer auf dem Kopf, oder? Nee, das ist einfach nur... komische Grafik an den Haaren. Hallo? Was ist denn der Frau? What the fuck? Die sieht doch ganz normal aus. Ich wollte irgendwie... Das ist keine Underwhelming. Ich werde jetzt irgendwas anderes erhofft. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey. Who else is here? What the hell is going on? Daddy is coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Warte mal einen Moment. Das ist kein bergischer Keller. Das ist die Kampusch! Eindeutig! Das ist nicht Resident Evil, das ist deren Biographie! Ich bin sicher! Are you gonna tell me what's going on? Resident Kampusch, Junge! Baby, you've been gone for three years. Three years? Wenn sie den schon Daddy nennt? Has it really been three years? Ja, gut. Ist wahrscheinlich egal. Österreich, Belgien. Fritzl, Dutroux, alles dasselbe. Das kann doch mal K. Aber egal. Was... Was ist das Ort? Was tun sie dir tun? Nicht jetzt! Wir müssen hier raus! Ja, da oben! Ah, scheiße. Der hat das ja gemacht. Wir sind... Haben wir nicht irgendwie... Kann man nicht irgendwie hier... So, da so... So Boxen aufeinander, so Minecraft... Hallo? Hier, wir nehmen das Ding einfach. So, das schieben wir dann hinten zum Loch. Stapeln da Kackzeug drauf. Räuberleiter. It would be so fucking easy. Was ist denn jetzt? Ja, genau hier! Du würdest mit denen jetzt hier reden. Nicht ich! Das war nicht ich! Aber du hast es! Ich habe es nicht! Okay, gut. Just tell me, was passiert ist. Ich erzähle dir alles, was ich weiß. Aber nicht hier! Draußen! Okay, das ist offen jetzt. Someone did stuff. Mia. Mia. Are you sure you know where you're going? The family used to bring me food through here. I remember. I remember. There. It's there. This is it. Oh, comfy. I remember this room. There's another door here. Also, wenn hier noch eine Boxstelle würde, dass das hier da ist, dann wäre das der Gimp-Raum. It's not here. It's gone! It's gone! Was? Die Kiste, wo der Gimp drin war? Oh, we're gonna be a family. Now that you're here. What? There's another door here. I'm sure of it. Die Gimp is weg. Die Gimp is weg. Keine... Pipe-Hit-Hot-Pipe-Hit-Niggas. Marcellus Wallace is weg. I gotta get out of here. Just stay here, alright? I'm gonna have a look around. Jesus fucking Christ. What labert hier über Family? Ich mach hier gar nix mehr. What denn? Hier, 001. Oh, wurde vergessen. W-01. Merk ich mir mal. Vielleicht ist das auch ne Kombination. Wollt's der doofe wer. Puppen. Fuck. What the fu- I'm busy, wait up. What a Puppe. Puppen drin. Jesus fucking Christ. Was ist denn jetzt wieder passiert hier? Haben wir die keine fünf Minuten alleine lassen? Hallo? Oh, danke, machst du die Tür auf. Post. Woll, haben wir hier was? Hungerbox. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Ohhohohoho. Okay. Da rufen wir dich nochmal an. Hier was? Hier's das Map. Ah, perfekt Aha, links geht zum Scheißhaus Ja, ja, das ist unter nur so eingezeichnet, ich meine Oh, wo habe ich auch Hä, what the fuck are you making this picture for? I'm drawing shit Okay P.T. Match, was, kein Hotel Embryo drin? Was sieht hier eigentlich nur so aus, dann könnte ich hier Ja, was denn? Mein Nachbar macht schon wieder What the fuck? I have an idea Boah, mein Es ist aber gut, ma, meine Fresse, ey Der Nachbar macht schon wieder nur Scheiße Warte mal, das ist ein Medizinbottel, das ist Resident Evil Und, eigentlich hätte ich es eigentlich immer zu grüne Herbst zu finden Meine Fresse ist ja mal gut Okay, Tür ist zu Really? Ist das auch zu offensichtlich? Wie kam ich doch grad her? Wie kam ich doch grad her? Darth Vader Lord Vader Asmajohn Jumpscare Getussi von der Ring I need an adult Domestic abuse I need an adult I need an adult Can I do something? Resist! Stop resisting Ah, Jesus Fuckin' Ow Bitch Ja Wait Wait Eieieieieieiei I'm not resisting anymore Meine Fresse, ey Hat die ihre Tage? Oder was ist los? Ah Oh Volliges Messer hatte ich geworfen Das ist voll unangenehm Alter Alter, du hast zwei Optionen Anal oder Scheidung Dann musst du wieder... Oh Fuckin' ey, das ist immer meine Vaping Hand Get out Leave me alone Okay Ich zie die Aufforderung zum Anal Sword Never stick your dick in crazy Holy Jesus What the fuck are you Mia? So is this rape now? Did... Did... Fuck me Okay Oh god The possession Oh god The possession What? Okay, um, 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 um Oh yes Let me ask your question, bitch Ah Ah Fuck Did you just fuckin' die already? Did you just fuckin' die already? You can see you Consider there's a divorce Ha Shit, I killed my wife That means I'm single again Holy shit Holy shit If it's a feminism Jesus Christ Jesus Christ ich meine hat die mich eben durch die Wand gelaufen Das ist die amerikanische Wände, das ist das Luft aber... Hallo? Ich weiß nicht. Okay. Spaß beiseite. Der Typ hat gerade seine eigene Frau zerhackt. Es war ein Soft... And she's going. Okay. Trotzdem. Er hat ja gerade seine... Seine Frau zerhackstückelt eigentlich. Er war... Er hat ihn überhaupt nicht verheinflusst. Okay, gut. Good man. Good man. Fuck, bitch. Okay, die lebt ja wohl nicht so aus. Wenn du frisst, ist das die widerstandsfähig. Gab's denn hier irgendwo so ein Save-Teil? Wie geht das? Es ist schon wieder so lange her. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging, wie man hier saved. Ich glaube, er war... Was ist hier rein? Was ist hier auch? Sorry. Okay. Obwohl die halt nicht... Hier oben kann man selben. Also... Langsam verabend sich die zu spiel. Finde ich auch. Ich finde es war wie... Oh. Keine. Save that shit. Don't clean. So. Was war jetzt hier? Head to the attic. Wait. War gar schon richtig. Jetzt funktioniert... Jetzt sind wir noch nicht. Fuck me. Okay. So. Oh. Ich jetzt cut. Wait. What? Wer was denn jetzt? Kann ich ja weh. Das Holz. Nee, hab jetzt definitiv gewonnen. Ähm. Keine Ahnung. Weil ich jetzt hier den scheiß... Strom dahin, ey. Hier waren wir noch. Zwar schon mal gewesen, aber... Lass mal mal gucken. Ist hier irgendwo zufälligerweise das Blut von der Rollstuhl noch untermann? Vielleicht da mal noch militieren kann. Kann man hier rein? Oh. Ja. Hier war ich dann schon. Ich hab das Gefühl, hier irgendwas vergessen zu werden. Ich glaub, das kann's nicht alles gewesen sein. Mhm. Was ist das? What the f- Ist das mit Glas? So. Durch hier reinhacken. Nichts passiert. Ja. Hm. Jetzt, ich geh jetzt nicht schon wieder zurück. Kann ich das wieder zurück? Nö, wirklich nicht. Gut, das schränkt es schon mal wieder ein. Da hab ich schon geguckt. Nope. Ja, keine Ahnung. Hier fehlt noch der Fuse-Bug. Der Fuse-Dings-Bug. Das ist für Döse. Da kein Exit ist. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich soll zum, 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 zum Dachboden. Da war ich ja gerade. Aber das Leiter-Ding funktioniert nicht. Irgendwas übersehe ich wahrscheinlich gerade schon wieder irgendwo. Nutella? Kann ich das suchen. Nichts. Ja komm, das sieht doch fast aus. So im Vorbeigucken so. War schwarz-rote Schrift. Nutella. So. Kann ich immer noch schimmeln hier drin? Okay, gut. What the fuck am I doing wrong? Naja. Gut. Ich denke, das sehen wir dann wahrscheinlich das nächste Mal. Do, speert out. Gut. 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 Gut.